Die Remsmoor-Rundschau in 100 Sekunden So Merkel Dennoch sei die Idee ein Fehler gewesen Die kurze Zeitspanne habe eine Umsetzung unmöglich gemacht Die Kanzlerin entschuldigte sich bei der Bevölkerung Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler So Merkel Sie bedauere sehr, dass die Idee zusätzliche Verunsicherung ausgelöst hätte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Mittwochmittag im Landtag Stellung zu den getroffenen Beschlüssen bezogen Auch er entschuldigte sich für das Hin und Her bei der Osterruhe Nun wollen die Länder mit Hilfe der Notbremse dafür sorgen Dass die Kontakte so weit wie möglich reduziert werden Lockerungen müssten konsequent zurückgenommen werden Sobald die Inzidenz stabil über 100 liegt So der Ministerpräsident Außerdem sagte Kretschmann Dass alle Schulen nach Ostern wieder schrittweise in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen Es soll zudem dabei bleiben Dass Stadt- und Landkreise je nach Corona-Inzidenz über Lockerungen und Schließungen von Geschäften eigenständig entscheiden Ausführliche Informationen zu den genannten Themen finden Sie auf zvw.de Vielen Dank fürs Zuhören